Wir glauben zu wissen, warum Kim Kardashian und Kanye West in Italien heiraten werden. Hört ihr das an? In einem Interview mit einer italienischen Zeitung sagte Kanye West, dass er die Stadt Florenz liebt, sogar dass er sie vergöttert und den italienischen Lebensstil. Des Weiteren sagte er, dass Kim und er im letzten Jahr in der Stadt waren und zwar komplett inkognito. Aber was uns aufhorchen ließ, war folgendes. Kanye sagt, dass er glaubt, dass seine Tochter North dort gezeugt wurde. So wie er sagt, zwischen den Meisterwerken der Renaissance. Er nannte es ihre ersten Flitterwochen und Florenz eine der schönsten Städte der Welt und die schönste Stadt Europas. Er sagt sogar, dass er an einem Album arbeitet, das Made in Florenz heißt. Wir finden, sie sollten ihre nächste Tochter nach der Stadt benennen. Florenz West klingt doch wirklich schön. Und das ist eine Frau an der Stadt. Ich frage sie Ihnen, aber auch immer wieder. Wie er das ist, wenn sie sich nicht in der Tat. Ich frage sie ihn in der Tat. ota Ich von ihm, als ich in der Tat. So wie er die Frau. So wie er es in der Tat. so wie sie Lives. Vielen Dank.